servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja endlich ist es soweit der erste dezember ist da und jetzt startet ganz offiziell die vorweihnachtszeit und auch die vorfreude auf weihnachten ihr wisst ja bei mir ist das ganze jahr über weihnachten aber jetzt kribbelt es auch meinen youtube-kollegen in den fingern denn wir haben uns zusammengetan und ein neues projekt gestartet das da lautet advent advent im movieland das ganze war eine idee für des youtube channels diese sneak ich verlinke das natürlich unten in der infobox schaut da auf jeden fall rein denn 24 youtuber haben sich zusammengetan auch ich darf dabei sein und bieten euch in den nächsten 24 tagen jeder auf seinen eigenen kanal ein gewinnspiel an aber nicht nur dass das ganze wird verbunden mit einer coolen review einem special oder sonstiges was sich die leute auch immer überlegt haben also schaut mal bei den ganzen anderen kollegen nach und rein auf den kanälen ich verlinke euch alle 24 stück natürlich unten in der infobox da ist der ein oder andere dabei den man noch nicht so kennt aber das ist ja auch der hintergrund gedanke dass man auch ja bei leuten reinschaut die man noch nicht kennt und vielleicht dann noch den einen oder anderen für sich entdeckt wo man meint mensch das macht er doch super wir sind alle in einer whatsapp gruppe drin und ich muss sagen das lief alles so harmonisch ab hätte ich mir gar nicht vorstellen können bei 24 so kunterbunt gemischten leuten aber absolut super sympathische kerle und deswegen kann ich jeden kanal auch nur von meiner seite aus wärmstens weiterempfehlen und gibt den leuten eine chance guckt vorbei ihr könnt auch richtig coole sachen gewinnen ich habe schon das ein oder andere im vorfeld gehört werde aber selbstverständlich nichts dazu verraten meine wenigkeit ist dann am 23 dezember dran und was ich verlosen werde werde ich selbstverständlich auch nicht verraten und deswegen guckt doch bitte dann auch bei mir vorbei wenn ihr denn so wollt jo das war die erste ankündigung für den dezember jetzt kommt noch eine zweite ankündigung denn ich habe vor ebenfalls an jeden tag ein video raus zu hauen oder zu machen da wird es nicht jeden tag was zu gewinnen geben aber es wird auch das eine oder andere gewinnspiel neben diesen advent advent im movieland geben von meiner seite aus und es wird reviews geben es wird unboxing geben es wird mystery unboxings geben ich habe da schon ein oder andere das ein oder andere paket bekommen also da bin ich schon mega gespannt will das unbedingt abdrehen und selber wissen was da drin ist und ja lasst euch überraschen denn ich werde den inhalt des videos nicht im titel oder in der beschreibung bekannt geben ich werde einfach nur ein richtig schönes thumbnail hin machen so wie heute und da steht dann eine 1 eine 2 eine 3 eine 4 eine 5 eine 6 7 bis 24 drauf so eine richtige art adventskalender da hat mich auch der ein oder andere abonnent drauf gebracht ich hatte das ja letztes jahr schon vor aber es hat dann leider nicht geklappt und deswegen versuche ich es dieses jahr drückt mir die daumen dann werden wir es garantiert schaffen aber ich denke mal mit eurer unterstützung wird das ganze dann schon klar gehen das war es dann auch schon mit dem heutigen video für den ersten dezember ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ich konnte euch da ein bisschen neugierig machen wie gesagt schaut vorbei auf den anderen kanälen heute startet ja schon das erste gewinnspiel und ich selbst bin gespannt was es denn da tolles zu gewinnen gibt und was es denn da noch so schönes in dem ersten video dieses coolen projektes zu sehen gibt also an dieser stelle sage ich erst mal danke fürs zugucken bis zum nächsten mal und servus